Weit über 7'000 Menschen arbeiten bei McDonalds Schweiz. Und sie zeigen das gerne, wie Befragungen zeigen. Laut der Studie von Great Place to Work sind wir in den Top 15 Arbeitgeber der Schweiz. Aber jetzt treten wir in einen harten Wettbewerb. Wir suchen die echten Talente für die neue Systemgastronomie-Lehr. Und wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind überzeugt, dass wir dir viel bieten können. Kaum eine Stelle arbeitet so viel Abwechslung und Kontakt zu anderen Menschen. Unsere Lernenden arbeiten im jungen Team, zusammen mit vielen Leuten aus der ganzen Welt. Und dank dem direkten Kontakt zu den Gästen können sie viel erleben und viel erfahren. Klar, auch Arbeitseinsätze am frühen Abend oder am Samstag gehört an der Gastronomie. Aber dafür hast du auch oft während der Woche frei. Es ist eine Lehre für eine sichere Zukunft. Denn schon heute werden Systemgastronomen in immer mehr Betrieben gesucht. Bist du an einem Gespräch interessiert? Denn diese Lehre kann der Stadtschuss zu deinem Erfolg sein. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.